Leute, 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 willkommen zurück zu Display Terranigma. Wir sind in dieser neuen Welt. Und ich bin gespannt, was auf uns wartet. Ah, diese komischen Blumen, ey. Ah, Reflesier. Wer sind die Reflasier oder Reflesier? Oh Gott. Ich muss hier aber echt aufpassen. Was ist da drin? Heilknollen. Wunderknolle sogar. Warum sind die rot? Ah, das sind ja Gegner. Ganz vergessen. Okay. Oh Gott, gleich zwei? Hey, 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 hey. Immer mit der Ruhe. Okay, 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 okay. Komm her. Und was ist das für ein Fisch? Komm, Fischi. Jetzt haust du ab, oder was? Besiegt. Oh, da kommen wo viele Fische. Wunderknolle gefunden. Oh, nee, nicht schon wieder so ein Vieh. Das hat keine Wirkung. Und irgendein... Die sind entstanden aus einem einzigen Baum und brauchten Zeit. Durch die Rettung des Sonnenbaums soll die Welt wieder erblühen. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Kindergarten. Hey, ihr Fischis. Kommt, Fressi, Fressi. Oh, Mann. Fischi, Fischi. Mist. Das ist mir voll erschrocken. Kann ich da rüberspringen? Nein, kann ich nicht. Schade. Muss ich den ganzen Weg zurücklaufen? Mann, ne. Das ist ja voll der Mörderweg hier. Jetzt geht das Spiel erst richtig los. Wird ja richtig schwer. Nein, 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 nein. Nicht ihr nochmal. Puh. Da war nichts. Komm her. Du bist entdeckt, ja. Und was bringt das jetzt? Habe ich mich davor getarnt, oder was? Jetzt gehen wir da rein. Darunter. Besser gesagt. Okay. Bin ich zu schwach? Bin ich zu stark? Ich kann gar nichts. Okay, gut. Kommt her. Ich spieße deinen Freund auf. Und dich jetzt auch. Oh, ich wollte nicht runtergehen. Oh, nochmal hoch, weil es ja so... Ja, runter, weil es so toll ist. Ich bin schon verwirrt. Nein. Ich muss ja mal reinfallen. In die Soße. Ja. Ja. Level 8 erreicht. KP steckt um 7. ST steigt um 1. G. Oh, steigt auch um 1. Oh, yeah. Ah ja, da gibt es ja Geschenke. Heilknolle. Wo kann ich da nicht hoch? Jetzt. Was ist da drin? Wow. Ein Sonnenstab. Gleich mal ausrüsten. Ja, will ich. Klar. Geil. Okay, jetzt bin ich noch stärker. Ist ja cool. Und wieder eine Knolle. Oh, nee, oder? Soll ich den Endgegner oder sowas? Giftiges Gas ein... Was? Lass mich raten. Ich brauche irgendeine... So eine Giftweste oder sonstiges, um da durchzukommen. Ey, ich habe nichts gegen Gift. Sorry, aber... Ich will aber ganz kurz lesen, was ist nochmal stand. Ich gehe da jetzt einfach nochmal rein. Kann ich mich schützen oder irgendwie sowas? Schütz dich, Text. Was steht da nochmal? Giftiges Gas eingeatmet. Text verschwinden die Sinne. Okay. Ich muss also einen anderen Weg finden. Na gut. Kann man nichts machen. Ah, kommt her. Ich hasse euch. Ah, ja, Mann. Weg. Wieder massig Kohle. Aber Kristalle findet man eher selten, finde ich. Okay, jetzt gehen wir mal nach rechts. Wow, Geld. Was gibt es da unten? Oh, nee, oder? Das heißt, ich kann zu diesem Baum... Oder ich kann diesen Baum nicht wirklich erforschen. Weil... Mir fehlen einfach die Sachen dazu. Die Items. Die weiß was ich was. Okay, gleich mal... Nein, nein, nein. Nicht einsetzen. Speichern. Ja. Ja. So, jetzt gehen wir nach unten. Ich muss einen anderen Weg finden. Ganz einfach. Okay. Ich muss irgendwo anders hin. Ich kann doch nicht zu diesem Baum. Was ist das überhaupt? Was ist das für eine Stelle? Picknickstelle oder was? Ah, 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 lala, lala. Juliana. Oder so ähnlich. Ja, toll. Darf ich da runterspringen? Ich weiß es nicht. Okay, ich springe einfach mal runter. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Ach, geht ja gar nicht. Okay, dann... Kann ich hochklettern? Ein wirklich sehr interessantes Spiel, aber... Wie? Okay, jetzt gehen wir mal da rein. Ach, da bin ich... Oh, Mann. Von da komme ich doch. Eigentlich muss ich zu dem komischen Baum. Woanders kann ich ja gar nicht hin. Was habe ich denn noch für Gegenstände? Damit ich mich irgendwie ausrüsten kann. Lumina. Ähm, ich habe Stäbe. Was habe ich denn für Utensilien? Ich habe... Schrott. Das ist doch Gegengift. Ja, das möchte ich auswählen. Okay, jetzt kann ich einsetzen. Schade. Da, da, da. Vielleicht habe ich ja eine Robe. Die mich schützt. Ähm. Okay, da steht Abwehr plus 6. Schützt und kleidet. Ja, nackt laufe ich nicht rum. Aus dem Leder aus... Geschneidert. Okay. Ja, gut. Dann... Ah, da ist noch eine Seele. Okay. Ja, bei dir kaufe ich gleich mal so ein paar Päckchen davon. Was? Nein, nicht so viel? Ne, oder? Ey, Mann. Ich wollte doch nur bei dir einkaufen. Sag es doch gleich, wenn ich nicht bei dir einkaufen darf. Okay, ich lasse mich da nicht durch. Das heißt, ich muss da rein. Was willst du eigentlich? Nein, will ich nicht. La, 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 la. Richtig angreifen? Prrrr. Ähm, ja. Autsch. Ey, ich hab echt keine Ahnung. Mann. Da war ich ja eigentlich schon... Da gab es ja noch diese komischen Fische. Hilfe. Wow, Hilfe. Ähm, ich muss jetzt nachdenken. Wo muss ich hin? Ist da irgendwas drin? In den Steinen? Kann ja sein. Vielleicht muss ich die Fische besiegen, damit ich weiterkomme. Fischis. Haha. Eins zu null. Fischi, Fischi, komm mal kurz her. Das war irgendwie sowas von klar. Das war sowas von klar. Nee, oder? Komm ich ja nur auf die andere Seite. Nein, sorry. Äh, und jetzt? Was bringt das... Vielleicht muss ich da reinfallen. Das war auch noch eine Idee. Ui, und wo komm ich raus? Sieht nicht so aus, als würde ich hier schon mal gewesen sein. Heilknäule gefunden. Ah. Ist also der Weg. Ah, ich muss einen Cut machen. Leute, wir sehen uns. Bis dann. Schein. Ciao. Ss. Und dann.